Herzlich Willkommen zu einem neuen Community-Beitrag hier auf meinem Kanal. Der Vince, unser Moderator aus der Telegram-Gruppe, stellt für euch verschiedene Charts vor und analysiert die für euch, damit ihr auch mal eine andere Perspektive erhaltet, außer die jetzt von mir. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback dem Vince gebt, wie ihr das Video findet und vor allem auch, welche Charts ihr im nächsten Video sehen wollt von ihm. Das würde mich sehr freuen. Kommt auch gerne in die Community-Gruppen rein, unter anderem hier der TA-Talk. Da diskutieren wir mit anderen Community-Mitgliedern über den aktuellen Preis und da kannst du auch gerne reinkommen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Hey Leute, willkommen bei der heutigen CoincheckTV-Krypto-Analyse. Ich bin Vince und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bitcoin. Beim letzten Mal haben wir uns ja angesehen, was alles passieren kann, wenn wir jetzt hier hochkommen und welche schlimmen Szenarien jetzt hier alles eintreten könnten. Diesmal muss man ganz klar sagen, hat uns Bitcoin auf einer ganz anderen Art und Weise überrascht. Wir haben nicht, wie wir das sonst kennen, so eine starke Kerze nach oben gesehen, voll an den Rand und dann irgendwie schnell wieder ein Abverkauf, sondern wir haben hier so einen schönen Kanal nach oben gebildet. Immer Anstieg, Konsolidierung, Anstieg, Konsolidierung, Anstieg, Konsolidierung, Anstieg, Konsolidierung. Das kennt man von Bitcoin gar nicht. Also kann sein, dass er uns jetzt hier täuschen will, immer möglich, aber das sieht ja schon erstmal nach einem soliden Anstieg aus und wir sind auch wieder kurz unter dem All-Time-High. Das heißt, die Level haben wir alle rausgenommen, die hier oben auf dem Weg lagen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt wirklich weiter long gehen. Möglichkeit 1, wir haben jetzt hier so einen Aufwärtskanal. Mit so einem Aufwärtskanal kann er hier einmal beschleunigen, rausbrechen. Ehrlich gesagt nicht unbedingt die präferierte Variante. Das ist natürlich ganz nett, wenn wir jetzt hier den Breakout haben und der dann losschießt, da freut sich natürlich erstmal jeder. Allerdings wäre es immer gut, wenn der Kurs nochmal Kraft sammelt. Und in so einer Aufwärtskonsolidierung, die haben wir das letzte Mal hier auch hier schon mal gesehen, genau dasselbe Muster, was wir hier haben, haben wir jetzt hier auch, durchaus möglich, dass wir nach unten ausbrechen. Und wenn wir nach unten ausbrechen, kann das auch nochmal extrem scharf werden, so von dem Ausbruch. Doch allerdings, wenn wir das tun sollten und wir nach unten ausbrechen, dann haben wir hier diese wunderschöne horizontale Zone, die ehemals Widerstand, Widerstand, hier hat er auch mitgekämpft, hier hat er auch mitgekämpft, die hier zur Unterstützung wird oder werden kann. Zudem haben wir die aufsteigende Linie, die wir hier noch haben. Und darunter ist die 200-Stunden-Linie, 20-Tage-Linie. Also wenn er jetzt wirklich uns nochmal den Gefallen tugelt und hier ausbricht nach unten, vielleicht sagen die Leute dann panisch so, Bitcoin bricht zusammen. Genau das ist der Moment, den man dann nutzen könnte, um sich hier einen Einstieg zu suchen. Das wären hier so knapp über 52.000. Das wäre wirklich eine nette Zone für einen Long-Einstieg, um nochmal wirklich einen Kauf zu tätigen. Die Gefahr, die man immer hat, ist, dass das Ganze hier, was wir hier sehen, gar nicht eine Fortführung uns anzeigen möchte, sondern dass wir hier in einer Seitwärtsphase sind. Dann kommt er nämlich runter, dann geht er hoch und dann kommt er hier runter, dann geht er wieder hoch. Also sowas ist immer möglich. Sollte man auch nie ausschließen. Allerdings, dass er jetzt hier nochmal runter geht und irgendwo Richtung 45.000 läuft, ist eher unwahrscheinlich. Also wenn er hier runter kommt, dann gucken, ob hier Volumen aufkommt und ob wir wirklich dann hier nach oben laufen. Finde ich aber eine extrem spannende Zone, die wir hier haben. Bei Ethereum sieht es ein bisschen schwächer aus als bei Bitcoin. Wir haben jetzt hier noch nicht die komplette Bewegung rausgenommen, aber auch hier haben wir hier eine nicht ganz so schöne horizontale ausgebildet, weil man sieht, hier ist sie ein bisschen kaputt gemacht worden. Hier existiert sie und hier gibt es das auch nochmal. Also wir haben zwar auch diese schöne Kanalbewegung und was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir hier möglicherweise so eine Bullenflagge bilden. Also die Bullenflagge wird eher mit 60% hier oben aufgelöst. Das heißt, es ist ein Fortführungsmuster. Dass wir hier weiter hochlaufen, auch nie wieder ans Alltime High, 2000, wenn nicht sogar 2200 daran. Und falls wir genauso wie bei Bitcoin nochmal nach unten laufen sollten, hier extrem spannend, schöne horizontale. Wir haben den Rand von der Bullenflagge. Wir haben hier die 200-Stunden-Linie, die auftaucht und wir haben auch immer noch die 20- und 50-Tage-Linie, die darunter ist. Das heißt, möglicherweise, wenn wir jetzt hier an den Rand nochmal rankommen, also immer nur in dem Fall, wir gehen nach unten, also klar, kann ich jetzt auch sagen, okay, alles klar, ich breche aus, dann ist er weg. Das ist ein Szenario, das andere. Wo man aber eher einen Einstieg, ist ja immer interessiert, wo kann man einen guten Einstieg finden? Und einen guten Einstieg ist einmal hier unten am Kanalrand oder testet ganz scharf hier die 61%. Das wäre von dem Ganzen hier unten auch nochmal der Auflagepunkt. Also wenn wir den so hier haben, circa da bei der 50-Tage-Linie. Also wenn er wirklich nochmal da ganz scharf runterkommt, an die 1.600 dran sind das circa ein bisschen drüber und dann nochmal die Leute rausschiebt, weil man auch wieder denkt, oh okay, die Leute haben ihre Stops hier drunter, weil der Kanal bzw. diese Bullenflagge wird ja bärisch aufgelöst, er wieder hier reinschießt und das wäre wirklich ein wunderschönes Zeichen und hätten wir hier einen guten Einstieg. Als nächstes gucken wir uns V-Chain an. Hier haben wir im Gegensatz zu den anderen schon das höhere Hoch gebildet. Wir sind hier einmal schon ausgebrochen. Und hier haben wir bei der letzten Bewegung gesehen, haben wir ein klassisches Doppeltop. Also einmal angelaufen, zweimal angelaufen, zack, gescheitert. Wieder zurückgelaufen an die Linie, wieder nach unten. Also ganz klare Doppeltop-Formation. Was wir jetzt hier unten gebildet haben, ist eine kleine Bodenbildung. Dreimal aufgesetzt, eigentlich eher mit tieferen Hochs, hat er denn aber bullisch aufgelöst und auch hier wie bei allen Coins auch, die ziehen natürlich, Bitcoin zieht immer vor, die anderen ziehen mit, auch hier genau dieselbe Aufwärtsbewegung. Auch hier wieder genau dasselbe, also wir können uns ganz viele andere Coins auch angucken, ähnliche Strukturen. Hier bei V-Chain muss man aber sagen, wir haben das höhere Hoch gebildet, andere sehen da eher noch schwächer aus. Deswegen habe ich aber jetzt mal V-Chain genommen, bei der gerade hier das Hoch gebildet hat. Auch hier sehen wir, wie bei Ethereum, eine Bullenflagge und hier unten die Zone nochmal eine starke Unterstützung. Da sollte er denn nicht runterfallen, also knapp unter, über der 46, also 0,446 ist das dann. Auch hier 61er FIP, wir haben hier die horizontale. Von dieser Bodenbildung ist das hier das Dach. Also wenn er hier nochmal runterkommt, wäre schon ein arg weiter Weg. Von daher eher nicht präferiert, aber wenn man Stop setzen, möchte, dann eher hier drunter unter dem Ganzen. Von daher trotzdem schöne Konsolidierung. Hier mal drauf achten. Mal gucken, ob er uns das gibt. Die Frage ist, wenn Bitcoin losrennt, dann wird das hier nach oben, genauso wie Ethereum, nach oben ausbrechen. Wenn Bitcoin eher nochmal sagt, okay, ich will nochmal Luft holen, dann klarer Kanalrand hier unten oder diese Zone hier. Als letztes nochmal auf die Dominanz. Hier hat sich nichts getan. Wir sehen hier wieder den Ausverkauf und der Kurs. Es sind immer wieder Dojis, Dojis, wir bleiben liegen, Dojis. In Summe ist das eher ein bärisches Zeichen. Und das bärische Zeichen deutet nämlich an, wir schaffen es nicht mehr, nach hier oben zu kommen. Wir bleiben hier liegen und wir nähern uns immer mehr dieser aufsteigenden Linie. Ja, da müssen wir schauen, wenn wir jetzt hier runter irgendwann runterlaufen. Ich meine, es ist jetzt der Wochenchart. Hier steht Tag, das ist ein Fehler. Das ist der Wochenchart. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen hängen wir hier schon. Die Frage ist, wann kommt er hier runter? Also man muss natürlich dazu sagen, das Ganze ist ein enorm starker Widerstand. Und wenn das jetzt hier auch nach diesen wochenlangen Konsolidierung aufgelöst wird, dann kann es auch wirklich Power geben und dann warte ja schon seit fast zwei Monaten darauf, dass wir nach hier unten kommen, um jetzt wirklich nochmal die Altcoins auszupacken, weil dann kann man bei den Altcoins ordentlich Gewinne nochmal machen, im Gegensatz zu Bitcoin, weil dann die Altcoins Bitcoin outperformen. Heißt natürlich nicht, dass Bitcoin fällt, aber die Altcoins werden natürlich prozentual dann eher steigen, wenn die Dominanz dann steigt. Und dann ist wichtig, dass wir uns die richtigen Altcoins raussuchen. Momentan sind wir immer noch hier in der Findungsphase und müssen schauen, was der Kurs hier macht. Das war es mit der Coincheck TV Kryptoanalyse. Danke fürs Zuhören und ciao bis zum nächsten Mal. Euer Vince.